So, da sind wir wieder zurück und ich glaube einige werden das gerade nicht so ganz mitbekommen haben, denn wir haben jetzt den zweiten Teaser bekommen und irgendwie, ich habe nämlich gerade Fortnite selber neu gestartet, weil ich habe ja für euch das ganze laufen lassen, wie meine Aufrufe so sind. Und ich denke mal den ein oder anderen wird es interessiert haben, kann ich auch gerne öfters machen, wenn ich halt nicht am PC bin, beziehungsweise unterwegs bin, dass ich für euch die Aufrufe laufen lasse. Erstmal danke nochmal an alle, die supportet haben, weil wir haben nämlich jetzt die 4000 Abonnenten geschafft. Erstmal grüße gehen ja wirklich an jeden Einzelnen raus, mir ist aber auch bewusst von den 4000 sind, wenn es hochkommt, überhaupt noch 1500, wenn überhaupt 1500 Accounts aktiv, weil wir wissen alle selber, Fortnite ist ein Spiel für Kinder und aus dem Grund sind da halt auch viele Accounts doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, achtfach, zehnfach, wir kennen das ja selber. Grüße gehen raus an Moritz, an Zampal, wer fällt mir gerade noch so ein, die, die dick supported haben bei Twitch und dann ihren Passwort nicht mehr wissen. Also, aber worum soll es eigentlich gehen? Richtig, wir haben einen neuen Teaser bekommen und zwar hier, Zugriff verweigert. Das werden wir noch sehen. Ich habe mir das Video nur ganz kurz gerade am Anfang angeguckt. Wir gucken es uns jetzt einfach gemeinsam an und gucken einfach mal, was es Neues gibt. Hier ist Agent Jones, bitte um Zugriff auf Geheim-Markte 8752. Agent Jones hier, erfordere Zugriff auf Geheim-Markte 8752. Ernsthaft? Keine Zeit, um die Realität zu stabilisieren, aber genug Zeit, um mich zu sperren? Hier ist Agent Jones, erfordere Zugriff auf alles Material mit Bezug auf die Sieben. Oh, toll. Okay, wenn man mir nicht geben will, was ich brauche, dann muss ich es mir wohl holen. Okay, ihr merkt schon, der Hintergrund ist auch diesmal anders. Ist das hier, warte mal, ist das hier nicht die Halskette von... Ach, ich gucke in den Skins. Warte, ich komme gerade nicht auf den Namen. Musiker? 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 Wo ist er? Wo ist er? Ne, ist er doch nicht. Ich dachte erst, das wäre dem seine Halskette. Wann irgendeine Halskette erinnert die mich, die wir kennen. Von wem ist das die Halskette? Hier haben wir wieder den Fußball mit drin. Da ist die neue Pump, die wahrscheinlich reinkommt. Da ist halt irgendein... Aber was soll das hier oben links sein? Soll das oben links ein Küken sein? Hä? Ihr seht dasselbe, ne? Hier Auge, da Schnabel. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber es kommt immer wieder was, was jetzt die Season 6 betrifft. Also, seid gespannt. Am Dienstag geht es dann los. Ich sage jetzt schon, wer mit mir mitspielen will und leveln will, einfach eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-family egg. Weil ich lasse die Lobby dann einfach offen. Wer mitgehen will ins Leveln, kann natürlich gerne mitgehen. Und in dem Sinne, das wollte ich euch nur geben. Und nochmal vielen, vielen Dank für alle, die mich speziell supportet haben, was Abonnent betrifft, was Follower auf Twitch betrifft, Subs, Bits, Spenden, Sticker, Videoaufrufe, Kommentare. Also, ich kann immer wieder nur Danke, Danke, Danke sagen. Weil leider, mehr kann ich auch nicht sagen. Also, in dem Sinne, euch noch einen schönen Abend. Ich werde heute nicht mehr live kommen. Und in dem Sinne, Und, bye.